Wir sind da. Noch nur eine Stunde im Schiff sind wir jetzt da. Herzlich willkommen auf Bintam. Wir sind gerade eingecheckt und das ist der Blick von unserem Hotelzimmer. Ich flippe aus. Ich liebe es. Komm, wir gucken mal, wie viele Schritte es bis zum Strand sind. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Guckt euch das mal an, wie wunderschön dieser Ausblick ist. Das Witzigste ist, dass Mirko und seine Freundin Christina hier neben wohnen. Ich zähle gerade die Schritte, aber jetzt habe ich vergessen weiter zu zählen. 40? 40? Okay. Wow. Ich stehe im Sand. Am Meer. Ist das mega? Guckt euch diesen Strand an. Das ist mein Privatstrand und das ist mein Sand. Alles mein Sand. Und das ist mein Wasser. Ganz, ganz klares Wasser. Da werde ich mich ja wohl auch mal trauen, reinzugehen. Ich habe nämlich eigentlich mega Schiss vor dem Meer. Boah, ist das schön. Und das ist mein Hotelzimmer. Dieses. Dieses ist mein Hotelzimmer. Krass. Das ist das Hotelzimmer. Ja, also unsere eigene kleine Hütte mit gemütlich auf dem Balkon sitzen. Ach, herrlich. Riesig hohe Decken. Zwei schöne Becken. Das hier ist unsere Veranda. Mit so einem Liegebett. Mit so einem Chillerliegebett. Und natürlich da nach hinten schon wieder das Meer. Großartig. Das ist das Bad. So, das kriegt alles meine Mama. Das bringe ich immer meiner Mama mit. Die sammelt das im Bettkasten, uns dann irgendwann wegzuschmeißen, wenn sie ausmistet. Gut, jetzt habe ich so Papier gefilmt. Die Dusche ist auch schön groß. Boah, so. Jetzt werden wir noch zum Lunch eingeladen. Meine Scholli, ey. Ich möchte einfach nur an diesem Strand liegen jetzt. Welche Wertung gibst du dem Service bei den Säften? Moment, musst du einfach probieren. Es gibt ja auch manchmal Säfte, die sind sehr wässerig. Okay, Ladies and Gentlemen, ich präsentiere mein Surf and Turf. Sieht das nicht großartig aus? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Das sieht so lecker aus. Und ich freue mich total. Carina hat einen Lacksteak mit einer Champagner-Reduktionssoße. Und Kötternschädchen. Wir werden es uns auf jeden Fall jetzt gönnen. Das ist unser Nachtisch. Und wir mussten noch nicht mal das selber schneiden und trampieren und mit nackten Beinen im Bett liegen und uns die Nutella auf die Beine legen. Nein. Wir machen auch keinen Hashtag Healthy Living, weil das ist einfach nur lebenswert. Und so was haben meine Eltern früher immer gewohnt. Mit einer Außendusche. Da oben an der Decke, da und da und da. Das sind Geckos. Das sind kleine Geckos, die so kleine Eidechsen und die machen ganz süße Geräusche und die essen die bösen, bösen fliegen weg. Und ich habe nämlich schon vier Mückenstiche. Und da ist auch einer. Da. Mein Papa hat die früher mit mir gefangen, wenn wir im Urlaub waren. Ich trinke es standesgemäß einem Princess Mocktail. Der ist pink. Das ist unser erster Gang, unser Appetizer. Hier das ist Gong Gong. Das ist eine bestimmte Art von, ja, nicht einer Schnecke, sondern einer Muschel meine ich. Natürlich Lachs. Das habe ich keine Ahnung, habe ich nicht aufgepasst. Hier drunter sind solche Tomaten. Und hier drunter ist Deep Fried Salmon, also Lachs. Und das sieht total schön aus. Ich bin mal gespannt. Da haben wir wieder ein Essen voller Tisch. Die Carina macht auch schon Bilder. Mein Akku muss ich aufladen. Zweiter Gang. Das ist Hühnchen-Dumpling-Suppe. Und ich freue mich. Das ist das Essen von Mirko. Mirko und Christina zumindest ein Teil. Wow, also wir werden hier echt verwöhnt. Das hier ist unser Sashimi. Aber wir eugen auch ganz neidisch darüber zu den California Rolls, die total frisch aussehen. Und hier zu dem anderen Sushi von Mirko und Christina. Aber jetzt essen wir uns mal unser Sashimi. Und der Wasabi ist in Form eines Blattes. Ich flippe aus. Fertig mit Essen. Das war total lecker. Wir haben sieben Gänge. Ich kann das Akku aufladen. Ich hoffe, das ist mir trotzdem noch auf. Und ich bin total voll. Und jetzt gehen wir noch zur Massage. Und dann kugel ich mich noch zum Strand. So. Das war sehr, sehr gut. Bilder findet ihr bei Instagram. Mpipty-Neudin. Folgt mir auch da. Guten Morgen. Von meiner Terrasse aus. Erster Gang beim Frühstück. Pancakes mit Sirup und Ananas. Melone. Ein sehr Instagram-würdiges Bild. Aber das kann ich euch ja nicht wieder zumuten. Ohne Fake-Teppich von Ikea. Nackten Beinen und rosa Teller. Aber ich kann euch dafür eine Aussicht zeigen. Das haben wir beim Frühstück. Ich präsentiere Porridge. Im Normalfall wäre das ja auch Instagram-würdig. Aber das hier ist indonesisches Porridge. Das ist mit Hühnchen. Und es ist warm. Und darauf macht man dann solche Frühlingskribbeln. Und Chili mit Sojasauce. Da ist Chili. Mjam, 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 mjam. Das ist unsere Aussicht beim Abendessen. Hier sind nämlich im Kielong-Zipu-Lestaurant. Alles sehr schön angerichtet. Aber man guckt halt direkt aufs Meer. 600 Gramm. Sieht ein bisschen spärlich aus. Mal gucken, ob wir alle satt werden. Aber wir haben ja auch noch hier Malayan-Noodles und Hongkong-Noodles. Jetzt wird erstmal der Fisch gekillt. Beziehungsweise der ist ja schon tot. Aber jetzt essen wir ihn damit. Nein, ich rede besser nicht weiter. War sehr gut. Hast du nicht noch irgendwas gefunden, wovon du uns berichten möchtest? Nicht? Eine Perle. Ein Handtuch-Elefant. Eine ganz besondere Spezies, die es nur im Nirvana-Bintan-Hotel gibt. Ist total pflegeleicht. Macht keinen Dreck. Sagt nichts. Und hier hätten wir dann noch den Nirvana-Bintan-Hund. Da sind ja sogar Augen drauf geschlebt. Da flippst du ja aus. Wie geil. Wir haben erst viertel Nachts acht und es ist total dunkel. Und wir sitzen bei Mirko und Christina auf dem Balkon. Und Carina und Mirko tauschen die Bilder aus von ihrer Mangroventour. Ich werde euch das Material mal mit hier rein machen. Ich habe das ausgelassen, weil es mir irgendwie nicht so gut ging. Und da habe ich mich eher auf den Balkon gelegt, im strömenden Monsunregen. Also ich lag ja natürlich geschützt auf dem Balkon. Und jetzt sitzen wir hier auf dem Balkon. Und ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt es vielleicht hören. Das Meer. Oh, jetzt habt ihr auch einen Blitz gesehen. Zwei Blitze. Leute, die das Meer rauschen, das werde ich sehr vermissen. Melancholie. Also er hat gerade gesagt, dass wir uns das hier auch mal angucken können. Dieser Kegel. Und er hat gesagt, dass da eventuell auch Schlangen drin sein könnten. Ich habe ein bisschen Angst. Das hier ist eine fleischfressende Pflanze. Er hat hier so kleine Blüten dran. Da ist oben ein Deckel. Und da drin ist eine Flüssigkeit, die die Insekten anlockt. Und dann frisst die Pflanze die.